Hallo, herzlich willkommen zum ersten Let's Play Battlefield 1942. Wir spielen hier mit dem Pionier und MP5. Wir sind Level 13. Jetzt geht es erst mal zur A. Ich habe auf der MP5 das Red Dot Bipel Max stabilisierter Schaft um P-Delta-Man und da war auch schon der erste Tor. Jetzt haben wir erstmal Team geswitcht. Das nächste Video wird wahrscheinlich ein Sniper Video. Bei dem Sniper bin ich Level 20 glaube ich. Ich habe gedacht, das wäre zwei. Oh Gott, Lex. Ich weiß nicht, was ein Auftrag der hat wird. Die MP5 geht ganz gut ab. Aber jetzt ist auch gleich schon die erste Runde robben. Was hat er ein paar Punkte bekommt? Hallo, Medic. Jetzt ist es! Scheiße, Medic. Alter, was ist jetzt los? Ich glaube, ich hänge noch mal eine dran. Ich glaube, jetzt so bei fünf Minuten müssten wir sein. Bei drei Minuten sind wir jetzt. Okay. Hier könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was die Videos ihr noch haben wollt. Es kommt wahrscheinlich ab nächstes Jahr DayZ raus und Battlefield 3, wenn ich einen besseren PC habe. Alter, wie ihr es bei der Aufnahme lagt, alter. Ansonsten kann ich das Spiel auf höchster Raffen-Challenge machen und das klickt kein bisschen. ... ... ... ... ... ... ... Ja, und dann haben wir noch eine Zeitwaffe, die M1911 Veteran. Neue Idee ist er. Der kann aber gar nichts mit der VSS. Die VSS ist eigentlich eine recht gute Waffe, aber in den falschen Händen ist es ja einfach eine Scheiße. So wie mit der MP5. Wie geht das? Oh nein. So, wo sind denn? Ist er bei A? Jetzt kommt der Maddox schon wieder reingejoint. Nein, ist noch offen. Alter, der verliert sogar gegen eine PKM. Ich glaube der andere hat zu schlechten Finger, aber wird die ganze Zeit gekickt. Na hin, ich esse es ja bei 10. Wo gehst du? Komm zurück hier! Alter, wo reibt dich? Komm auf die Feuerbank! Ja, die beiden Spawnpunkte, weil man keine Base mehr hat, ist für die Russen C und für die Amerikaner A. Oh ja, der ist jetzt, äh, das toten Mann ist. Und jetzt ist er auch gespawnt, ob es die hier gleich irgendwo kommt. Alter, Level 27 und so schlecht. 53 abgezogen. Ich brauche ein Medik! Kann man Malik-Packs filmen? Soll ich Maliks? Verstehe ich nicht. Nach einem Schuss bin ich jetzt tot. Ja, was soll ich gesagt? Nach einem Schuss. Ich habe die VSS auch. Ich spiele die meisten zwar mit M1450, weil ich finde das passt am besten. Alter Scheiß-Lag. 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 Ja, genau. Schon geduckt und er konnte mich trotzdem treffen. Ja, ich habe auch die L85 Farmers. Eigentlich fast jede Waffe. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, welche Waffe ihr mal sehen wollt. Dann haben wir gleich mal die M1911 gezaukt. Die M1911-Veteranen kann ich euch nur empfehlen. Aber die MP5, die ist auch ganz gut. Die heute kriegen Damage raus, aber die ist ziemlich präzise. Bei den Vipermax ist die auch noch ziemlich gut. Und da war die Runde auch schon wieder rum. Komm, eine können wir noch. Wenn da keine andere Map kommt. Und das war es heute. Vom ersten Let's Play Battlefield 19. Battlefield Player for Free oder war es schon der zweite? Weiß ich gerade nicht. Tschüss! Zusammen mit dem Video. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.